ah ja okay wir gucken mal kurz auf die map wir haben noch missionen übrig diese mission und diese mission man kann es mal probieren warum nicht und danach muss man mal schauen ob eine hauptmission mal noch oder es gibt halt noch so geile anderen nehmen also es gibt halt noch genug andere neben ist hier wo ich bock drauf hätte anstatt hauptmission zum beispiel glaube ich mache die auch heute weil so lange mache ich das auch nicht mehr stündchen noch ein bisschen länger und es kann sein dass ich nachher noch was anderes spielen aber das weiß ich noch nicht genau da will ich auch nichts versprechen tun sowas geht furchtbar ist das alles ist ja ein krasses ding ja cool einen von der palme wedeln oder wie seine ehe ist nicht mehr zu retten aber vielleicht kannst du die schecks besorgen die seine frau hat mitgehen lassen details anbei das sollten wir wohl hinkriegen oder charmant wie ich bin auch aus tschüss immer gucken wo sind die cams da ist ein dröhnchen noch mal kurzschluss hat überhaupt gar nichts gebracht hat doch was gebracht schön also lassen hier noch ein paar andere dinge mitgehen nicht nur sowas also ja moment lokales netzwerk not wie z was auch immer das bedeutet ich bin raus ja haben wir doch easy geschafft würde ich sagen dann müssen die bestimmt nur irgendwo bleiben unbemerkt nicht unbemerkt achso ich bin noch nicht raus ja noch bin ich nicht draußen Bisher lief es doch ganz gut. So, Übergabeort, der ist da hinten. So, nice. Hey. So kennt man mich. Diskretion und Finesse sind meine Zweit- und Drittnamen. Deswegen ist ja auch klar, dass ich das auch so genau mache. So, auf zum nächsten Ding. Ich muss mal mit meinem Auto auch wieder fahren. Das habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gehabt. Aber nachdem man viel Motorrad gefahren ist, ist Autofahren halt echt langsam. Wie, meine Liebe. Du musst für mich etwas aus einem Tiger-Claws-Casino besorgen. Ich weiß, dass du das auf die Reihe kriegst. Die Informationen schicke ich mit. Ich sieg dir gut durch. Fehlfunktion. Wie komme ich denn da hin? Da passiert jetzt noch mal was oder nicht hier? Ach, hä, wie komme ich denn da hin? Ach. Ha. Scheine ich von hier irgendwie rein. Ah ja. Ja, moin. Hey, dude. Hey, dude. Der Eintritt kostet was. Okay. Natürlich tut er das. Achso, ich hätte mit ihm auch einfach reden können. Ja, ey. Der Eintritt ist für mich kostenlos. Aber ich habe gerade so beschlossen, ne? Ich komme umsonst ins Casino. Finde ich auch gut. Wahrscheinlich habe ich jetzt ein Problem, weil ich die hier abgefuckt habe. Yo, Bro. Was geht? Yo, Girl. Ich suche das Casino-Büro. Okay, das sind anscheinend die Clos. Steht auch da. Wo ist denn das Büro? Stairs, okay. Hier ist das Server-Room. Da kann ich doch einfach suchen. Alter, wenn die mich erwischen, dann haben wir auch ein Problem, du. Speicher mal eben. Sicher ist wohl sicher. Nee, nee, ich komme. Nee, nee, da komme ich. Nee, nee, da bin ich nicht hergekommen. Kann ich die Stairs benutzen oder nicht? Auch gar nicht, okay. Oh, scheiße. Bleibe ich jetzt hier drinnen so lange? Das dauert dann halt ganz schön lange. Der hat mich aber schon entdeckt, die Kamera. Das ist ein bisschen problematisch. Ich warte mal kurz. Dauert zwar deutlich länger, aber sonst habe ich, glaube ich, ein echtes Problem. Weil die dürfte mich schon entdeckt haben. Und bevor die das jetzt hier weitergibt... Ich gehe noch mal ganz kurz, ne? Naja, geht ja schnell. Scheiße. Oh, meia. Oh, meia. Oh, meia. Brudi, Brudi, Brudi. Hi. Komm ich denn? Achso, ich habe das gefunden, weil ich brauche. Wo bist du hin? Scheiße, wie komme ich jetzt hier am besten wieder raus, ey? Ha. Ja, wobei, ich könnte da hinten vielleicht rauskommen. Müssen wir mal gucken. Hier ist eine Tür. Türen führen mich meistens raus. Wird schon klappen. Wenn du von alleine bist, kommst, tun wir dir nicht weh. Dann dreh dich bitte, 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 bitte dreh dich nicht um. Bleib einfach genauso stehen, mein Freund. Dankeschön. Ja, aber so komme ich hier nicht raus. Ja, aber so komme ich hier nicht raus. Doch, warte mal. Ablenken. Mit dem Hupen. Das ist, glaube ich, eine nice Idee gewesen. Das war falsch. Hier hoch. Hier hoch. Und dann haben wir es geschafft. Und abgeben. Nee. Abgeben. Nee. Danke. Komm raus, du mal gesammt. Huch. Schön. Ich habe gehört, dass Vortex Splitter unterwegs ist. Du hast mich nicht enttäuscht wie. Und dir deine Belohnung verdient. Korrekt. Der Auftrag ist erledigt. Und ich überweise dir dein Geld. Danke. Sehr freundlich. So, jetzt gucken wir, wir haben halt noch schöne Sachen, theoretisch. Ähm, aber. Das ist mittel mittlerweile mit dem Kampf. Okay, das ist nice. Weil dann könnte man das nämlich auch machen, den Kampf. Ein bisschen, ne. Ja, das würde ich noch machen. Sie in ihrer Werkstatt besuchen. Das ist halt so ein Ding, das dauert ein bisschen. Das können wir machen. Das dauert ein bisschen. Also zwei von denen können wir machen. Und dann noch eine Hauptmission oder so. Ja, ich denke, das ist ja eine gute Idee, ne. Wo muss ich denn hier hin? Ist da hinten. Hm. Okay. Ist das sehr weit weg? Hier ist kein Schnellreisepunkt. Okay, das ist natürlich bitter. Oh nein. Jetzt komme ich in ein Gebiet, wo wieder Aufträge sind. Verrückt. Ja. Machen wir auch. Aber nicht jetzt. Ach nee, warte mal. Ich muss mal kurz gucken. Wo muss ich denn dafür hin? Am besten, glaube ich, Red Dirt Bar. Macht wohl am meisten Sinn. Wobei ich dich doch zu dem anringen können. Egal. Ist schon okay. Und fahren wir da schnell hin. Hauen dem einen auf die Mütze und dann ist es gut. Da ist mein Moderat. Kommen Sie bitte her. Mann, die haben sich ganz doll lieb. Okay. Hätte ich wahrscheinlich gerade einfach gesagt, okay, ich bezahle, wäre alles cool gewesen. Wobei, oben wäre ja trotzdem scheiße. Ich darf ja nicht in die geheimen Geheimlichkeiten der Geheimnisse eindringen oder so. Okay, na dann. Okay, wie komme ich hier runter? Wenn ich jetzt hier runter springe. Ist das blöd oder? Oh, als ob das nicht geht. Warum kann ich denn hier nicht springen? Okay, jetzt muss ich erst mal einen Weg finden, wie ich da runterkomme. Dann ist hier doch Bullshit. Nee. Doch. Warte mal. Kampf ist hier. Wer ist denn jetzt hier derjenige, der auf die Fresse will? Eine Rostowitsch? Bist du blind, du Sackgesicht? Siehst du nicht das Tektroniker-Logo? Bin zum Kämpfen hier. Buck? Der bin ich. Höchstpersönlich. Ha, ha. Bei deinem Anblick wird mein Geldbeutel ganz feucht. Ich setze alles gegen dich. Hm. Bist ja ziemlich selbstsicher. Was du warum? Und der Arm hier erfüllt Militärnormen. Titanium-Knochen, Carbonfaser. Damit könnte ich ein Loch in den Panzer schlagen. Und? Bist du dabei? Oder tropft dir gerade das Pipi die Beine runter? Äh, nettes Gewehr. Ach Gott. Okay, wenn du dann endlich das Maul hältst. Also abgemacht. Und jetzt wirst du gleich fertig gemacht. Hey, mal gucken, ha? Ich lauf mal immer hinter dir her. Jetzt krieg ich bestimmt voll auf die Fresse. Oh, manchmal. Na komm. Muss halt ein bisschen aufpassen mit meiner Ausdauer. Aber generell... Nein, der blockt halt auch, ne? Boah, Junge. Richtig eine mitgegeben. Zack, hier nochmal. Ha, 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 komm her. Hast du da... Als ob er mich getroffen hat. Na wohl lächerlich. Oh shit, das war zu früh gebraucht. Das ist zu früh gebraucht. Hä? Wait, what? Als ob ich... Hä? Okay, wenn du dann endlich das Maul hältst. Also abgemacht. Hä? Und jetzt wirst du gleich fertig gemacht. Okay, hab ich jetzt nicht verstanden, aber okay. Hä? Ja, ich hab doch aber geblockt. Lol, Alter. Okay, wenn der mich trifft, dann bums der richtig rein, der Typ. Ei, 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 ei. Ungeil. Ich mach zwar auch Schaden, aber der macht halt ordentlich Damage, ne? Okay, jetzt heile ich mich eh automatisch. Jetzt ist mich ärgerlich, dass man den ersten Kampf dann verloren hat. Ja. Hau doch mal! Komm nicht immer auf mich zu, ran und geh dann wieder weg. Was soll denn das? So. Penner. Unglaublich. So. Was, beim ersten Mal Glück? Der komischen Explosion, ey. Okay. Mach ich. Ciao. Pass mal auf, mein Freund. Wenn du es weiter so machst, hau ich dir noch mal eins ins Maul. Hörst du Bescheid? Okay. Frech. Blöder Penner. Okay, ähm. Machen wir das hier. Wo müssen wir hin? Oh, das ist ja gar nicht so weit weg. Das geht. Ich dachte, das wäre ein bisschen weiter, aber ist in Ordnung. Bin ich mal gespannt, was da drin bringt. Und die andere Nebenmission macht man ein anderes Mal. Was geht? Nix. Coach Fred. Backward braucht jetzt ein paar irgendwas. Ja. Ich glaube auch, der braucht ein paar irgendwas. Okay, die ist Barkeeperin und arbeitet hier. Okay. Das ist die Beste hier wahrscheinlich, ne? Also, warum bin ich hier? Ich brauche einen Fahrer. Dich zum Beispiel. Ein Fahrer, ha? Und du navigierst? Nicht ganz. Dieses Rennen bestreiten Fahrer und Schützen. Was bist du? Schützenkönigin oder Fahrschulabbrecher? Ich kann Gas geben, bremsen, lenken. Tut mir leid. Das kriege ich hin. Keine Gerechtigkeit, keine Gnade. Ja, ey, komm. Okay, Claire. Du hast deinen Fahrer. Okay. Es sind vier Rennen. Das erste im Stadtzentrum. Danach kommt eins in den Badlands, dann Santo. Und das letzte in Watson. Ah, okay. Ich hab auch ein Auto. Warum nehmen wir nicht das? Kommt drauf an, was es so kann. Hier geht's nicht nur um Tempo. Das wird viel, viel krasser. Keine Sorge. Ich fahr keine Seifenkiste, okay? Dein Auto meins. Du bist am Pedal. Du entscheidest. Was springt dabei für uns raus? Die Ersten kriegen Geld. Wenn wir gewinnen, teilen wir 50-50, okay? Hab jetzt schon Gänsehaut. Wann geht's los? Es gibt eine Qualifikationsrunde. Die müssen wir fürs Finale abarbeiten. Und wie? Wir müssen in mindestens zwei Rennen unter den Top 3 sein. Treffen wir uns im Stadtzentrum. Ich schick dir alles. Wenn du übertunte Motoren heulen hörst, bist du richtig. Wir sehen uns dort. Alright. Warte, du bist fertig. Nach einem Tag. Okay.